So, 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 YouTube. Hallo, hallo, herzlich willkommen zu Geotastic. Wir sind wieder dabei, unsere Daily Session zu machen und... Ah, I don't have a preset. Ich wollte gerade sagen, wo ist unser Preset hin? Und zwar machen wir drei Runden mit unendlicher Zeit in Geotastic und werden genau herausfinden, wo wir sind. Dabei wird der Chat und hoffentlich auch der Kommentarbereich eskalieren und mitraten. Und ich würde sagen, wir gehen rein in Runde 1. Also los, rein in Runde 1. Und ich hoffe, wir landen nicht in Basieren. Also ich muss sagen, wenn wir wieder so eine Arschrunde kriegen, wo wir mitten im Feld im Nirgendwo sind, auf einer Straße, die einfach Kilometer lang ist, dann breche ich das auch ab. Also, ja, nicht? Also da muss man schon Sitzfleisch haben. Aber ich sehe, das hier ist doch richtig geil. Weil wir sind wahrscheinlich Niederlande, ähm, in Niemlingen. So, keine Ahnung. Wir gucken mal, da vorne könnte sogar eine Karte sein. Ah, nee, schade. Ich dachte, ich hatte von der Seite eine Karte gesehen. Da! Ah, die ist zu weit weg. Okay, schade. Warte, ich. Zack, oder können wir da reinfahren? Ah, lass mich auf den Parkplatz. Ah, Mann. Google Auto, fahr da doch rein, dann hätten wir eine Karte. Und in der Ansicht steht er davor. Ah. Mist. Hätte ja gut anfangen können mit einer Karte und direkt, zack, da sind wir und fertig. Niederlande, okay. Das war aber nicht schwer zu erkennen. Überall Taxis und die Straßen hier mit dieser Pflasterung nicht. Die sind Standard. Die sieht man ständig. Ähm, wir wissen unseren Straßennamen. Fiez hier weg. Das ist also auch nicht das Problem. Jetzt müssen wir also das Dorf und die Straße herausfinden. Oh. Oh, ja, so ein Eis könnte ich jetzt auch nochmal vertragen. Heute ist doch nochmal warm. Hier ist alles irgendwie Fiezverhurt. Ich würde sagen, dann sind wir auch im 4-2-Hur in der Vietstraße. Okay, da vorne Schilder. Buren, Hollwert. Okay, auf jeden Fall in der Nähe von einer Fähre. Hollum, Ballum. Okay, wo sind Ballum und Hollum? Das klingt so ein bisschen wie Herr der Ringe. Mein Schatz. Ballum ist auf jeden Fall auf dem Weg. Ich würde ja in so einer Ecke hier denken, nicht? Ballum oder Bur... Nee, Hollwert irgendwo hier am Rand. Und Ballum und Dings irgendwie dann in der Mitte. Aber kann natürlich auch komplett der falsche Gedanke sein. Kann natürlich auch direkt in Rotterdam sein. Oder direkt in Amsterdam. Aber erstmal müssen wir ganz schön leiden. Die Namen sind hier auf jeden Fall göttlich. Jedes Mal. Ich kenne mich halt null aus. Amsterwesen, Bovenek, Rüxlot, Rüigerod, Sandenam, Wormer, Elmerod. Vielleicht auch eine Insel wirklich. Demburg. Horn. Hollwert. Ja, oder wir sind halt irgendwo mittendrin, nicht? Dass hier eine Fähre nur rüberfährt. Das kann natürlich auch alles sein. Uff! Emmerich. klingt jetzt auch nicht nach der riesigen Stadt und die haben echt viele kleine Städte Ballum habe ich jetzt auch noch nirgendwo gelesen ja ungünstig ok haben wir hier noch was Akkommandates Strandweg ok wir sind irgendwo am Strand und zwar liegt der nördlich ja gut das ist hier auch nicht ungewöhnlich gut aber auf der Insel die haben hier ganz wenig Ballum Ballum wir sind wirklich auf dieser verschissenen Insel willst du mich verarschen also ich glaube Ballum und Ballum kann ich sonst anders nicht erreichen also außer hier zu sein und da müsste hier doch das Buren zwei Kilometer dann sind wir in Ness dann müsste das hier Hollwert sein boah da haben wir aber gerade Glück gehabt ich habe mich zu Tode gesucht auf dem Festland zu Tode ähm und wir stehen in den Fietchenwegs oder sowas Strandweg genau Ecke Eikweg nee wer ist denn du hier hast gar keinen Namen Kiewiczweg Mollenweg Duwimweg nee wir werden noch irgendwas mit Pietjeweg Fosterland Rehweg nee Niederweg Polderweg Norderweg Jongeweg Burdeweg nee Jan Jakobstraat Beachway Grönland nee okay ich gehe zum Start zurück da steht es ja direkt Pietzpa ach Fußweg heißt das ach so eine Scheiße das ist gar nicht der Straßenname aber hier vorne stand da auch Pietjeweg ach so da steht immer ach ganz ehrlich so wie heißt denn diese Straße dann sind wir in dem Strandweg nicht Pietjepart ja du mich auch ist wahrscheinlich für die Radfahrer Fußweg ähm wie heißt du denn Straße oh jetzt ist es natürlich doof dass sie das hier nicht markiert haben aber das könnte das hier sein ja das sieht zu eindeutig aus da das heißt hier müsste auch noch mal ein Weg abgehen in der Hälfte gut da kommt auch noch mal so ein versetztes Rondell das sieht man hier nicht na gut doch guckt mal das ist der Platz hier so dann stehen wir vor dem Parkplatz und zwar am Ende von den Dingern ja das ist gut die Parkplatzeinfahrt war da vorne und dürfte dann da hinten sein perfekt äh ne hier Einfahrt da Einfahrt und wir stehen genau vor der Straße ah ein bisschen ein bisschen in die Richtung und dann haben wir es 1,31 Meter wow jawollo und da haben wir die Niederlande ja relativ schnell besiegt hatten wir wirklich Glück dass ich die Insel gesehen habe Ballum und Hollum hat sich aber auch nach Insel irgendwie angehört nachdem ich hier das grob nicht gefunden habe Amelland okay sagt mir auf jeden Fall nichts aber wir haben es ja geschafft und damit gehen wir rein in Runde 2 gucken wir mal wo es hier uns hinführt Afrika Spontan ich glaube wir haben Linksverkehr also Südafrika was ich ausschließe ist Senegal hier haben aber Tan spricht auf jeden Fall für die Ecke hier eventuell noch oben Uganda oder sowas ähm da ist ein schönes Schild da wird was draufstehen komm da fahren wir hin noch eins dichter for your tractor needs we are your specialists we buy and ja sell wahrscheinlich tractors okay indelebully mhm sprachlich keine Ahnung aber da vorne ist ein blaues Schild oh das ist super oder zumindest ein großes komm du sagst mir doch bestimmt in welche Richtung irgendwas ist government of sea nein warum bist du noch ausgeblurrt government of sea keine Ahnung shit shit kingdom of swasiland ja okay nicht Tan Tan in Afrika ist man eigentlich in swasiland das war fast alles künstlich da angelegt aber die haben hier eine riesige ähm künstliche Industrie gehabt wir sind einmal auf diesem Weg hier glaube ich gelandet oder auf dem hier nach äh mbane oder bahne oder hier irgendwo auf jeden Fall irgendwo in der Ecke und wir sind durch Tannenwälder noch und nöcher gefahren nicht wahr okay äh swasiland auf lubombo ja dann gib mir mal lubombo da ist lubombo seht da ist auch genau in der Ecke wo die künstlichen Bäume angelegt sind ich glaube auf der Straße hier bei dem Zug irgendwo warm war ja ich glaube hier genau auf der hier waren wir einmal ähm original Ziteki okay jetzt brauchen wir Ziteki ich liebe es wie in manchen Ländern das angegeben ist einfach so konkret und passend nicht äh construction of lubombo original hospital vielleicht ein Stadtteil von denen das Problem ist so die Datenlage in Google bildet nicht die Datenlage ab die die vor Ort haben das ist oft ein Problem also die haben hier oft Straßennamen und alles stehen bei Google einfach nicht drin und dann musst du hier sowas hier Swasi äh Spa of Roy Swasi ähm so ein bisschen gucken Worship Center Elu Swini wie die Schulen heißen oder so weil die oft den Namen des Stadtteils tragen oder auch Kirchen oder so Lombombo National High School das dürfte auch inzwischen fertiggestellt sein nicht das ist ja 2003 das Bild ist von 2019 das dürfte also fertig sein ähm das heißt wir müssen eigentlich nur das National Krankenhaus finden Royal Hospital aber das Regional Hospital nicht das Royal das hier dürfte wenn Großes sein hier Private Hospital nee El Suvini hm okay müssen wir glaube ich noch ein Stück weiter fahren um das noch ein bisschen einzugrenzen also Bahne würde ich nicht sagen nicht ähm das muss hier schon irgendwo in der Ecke sein aber kann natürlich auch außerhalb liegen vielleicht finden wir ja den Straßennamen Kingdom of Swaziland Umbombo Regional Hospital ECT Key Site Office vielleicht finden wir ja noch mehr Hinweise die Datenlage ist auf jeden Fall sehr gut hier steht noch genau wer was macht finde ich auch immer super haben wir ja teilweise auch an Baustellen äh was steht hier noch drauf können wir nicht lesen ne schade die Straße geht Nord-Süd auf jeden Fall wir könnten hier stehen und das da vorne ist die Biegung da müssten wir aber noch eine Schiene überkreuzen und die sehe ich nicht wir fahren mal ein bisschen wir haben ja noch Zeit wenn ja jetzt nächstes nicht irgendwie äh eine Straße mitten im brasilianischen Sunge kommt so wie neulich sind wir eigentlich ja relativ gut aufgestellt das auch zu finden Indonesien wäre noch immer schwer nicht wahr da haben wir auch unsere Problemchen oder Griechenland oder sowas das wäre echt also Griechenland ist wirklich finde ich fast am schlimmsten weil die Straßen halt auch nicht gerade sind sondern immer so verschwungen ineinander die Städte sind so verklumstert und das Google-Auto springt ständig hin und her da kann man halt schwer so ein ja was ausmachen nicht was ähm ja so nachvollziehen wo man wirklich hinfährt wenn man in der Stadt irgendwie von der einen Straße zur anderen springt weil die anderen beiden nicht getrackt wurden das ist halt einfach bescheuert aber so nicht im Zwarsiland generell die hier haben auch eine sehr gute Infrastruktur so was steht hier please visit again okay wir verlassen was was verlassen wir Nugula Nugula wo ist Nugula aber nicht also wenn ihr das seht ihr würdet doch nicht Afrika sagen wenn ihr nur diesen Ausschnitt hier seht also vielleicht jemand der genau die Bäume kennt aber für mich könnte es genauso Osteuropa Jugoslawien Frankreich nicht ist halt auch nur Afrika ist ja auch nur ein riesiger Kontinent mit verschiedensten Zonen und verschiedenen Ländern ähm das ist ja nicht ein großes wir sind wirklich in Ziteki Ah Cam das ist schon mal gut nur schlecht dass wir es auf der Karte nicht sehen da wäre es natürlich besser gewesen hier kommen wir auch schwer voran lass mich durch ich bin Google Auto okay ich glaube in die Richtung wird auch jetzt nichts sinnvolles mehr hinweisen kommen eigentlich wissen wir wo wir sind hier vielleicht an so einem offiziellen Auto oder an anhand der Schule oder so komm nochmal her Auto du bist Morkosho S101 ne das wird mir nicht helfen und du bist Angel Academy okay Angel Academy vielleicht sehen wir die dann auf der Karte das ist ja doch eher ein Name den man mal findet und hier ist noch eine Schule das ist Lumbombo Central High School okay hier steht auch PO Box Niteki dran das hatten wir auch schon gefunden komm so äh dann muss das die irgendwo hier sein oder hier war doch die High School hab ich nie gesehen Private Hospital College of Theology Family Church Council Water Service St. Mary's National Primary School eigentlich passt das ja von der Ausrichtung aber nur hier weil die anderen Straßen machen nicht diese diesen Knick nicht wir haben ja eine Nord-Süd Dings und Lumbombo ist aber nur hier ich guck nochmal wie ist unsere Straße ganz genau die ist fast nördlich nicht also wenn ich das hier abstimme die ist gerade nördlich und macht dann das ist leicht nördöstlich das kann also dieses Stück eigentlich nur sein nicht oder hier ein Stück und dann wären wir zu wenig und hier ist halt nix hier könnten wir noch sein aber das zu kurz und dann wäre da vorne die Autobahn gewesen und da war ja nix und die Straße gut könnte noch hier sein aber das ist auch nicht mehr Lumbombo könnte noch eine nicht die hier sein vielleicht dann wäre es natürlich blöd wenn das die hier zum Beispiel ist hier ist National High School Central High School ah ok aufpassen die habe ich gesehen die National High School vielleicht sind wir auf so naja gut eigentlich hier auf der hier könnte man wenn die ist eher nordwestlich die würde zum Royal Hospital führen nicht also eigentlich müsste unsere so laufen das macht hier keine Straße außer dieses Stück keine ist so lang und läuft dann nach Westen rüber das ist genau der Knick die Schiene scheint neu zu sein die gab 2019 denn noch nicht dann ist das natürlich jetzt bescheuert weil die Sachen alle nicht eingezeichnet sind kacke wir haben keinerlei Maßstab die Bushaltestellen sind nicht mal eingezeichnet okay dann müssen wir weiß nicht wie wir das eingrenzen wollen pah die geht auf jeden Fall sehr lang hier runter ich guck mal ob die erstmal grundsätzlich in die richtige Richtung verläuft ich meine es kann sein dass es die Straße hier gar nicht mehr gibt genau wie das Malfafa Restaurant wahrscheinlich auch nicht mehr vorhanden ist Michael Brett and Backfest Butcher Ritalo hätten wir noch Transautomotive Wooded Möbelgeschäft also wenn wir eine Kurve nach Südosten haben vielleicht dass ich die wirklich die die Straßennummern ähm abschecke dann können wir zumindest da sicher sein oh und guckt kann nicht die Straße sein wow zwei Meter weiter wir sind an der MR7 MR7 die ist ja nicht mal in der Nähe das kann ich mich raten die MR7 gab es damals noch gar nicht äh gibt es hier gar nicht mehr oder so dieses grün auf gelb ist auch richtig schlecht zu lesen muss ich mal gestehen nicht meine Augen sind nicht die besten und da ist sowas echt übel die N7 wird so ein kleiner Übergang sein nicht wahr MR7 MR27 MR18 die Stelle könnte das hier noch sein aber trotzdem müsste unsere Straße ja anders verlaufen wir fahren hier gerade nach Süden nicht nach Südwesten das heißt wir fahren so und kommen an so eine Stelle das könnte also das hier sein aber auch nicht die 7 hier wäre die 3 so das heißt die 7 muss auf die 3 führen hier ist die 9 hier ist die 8 never ever sind wir hier hinten das zählt noch zu ach Lubombo ist das Lubamba und das ist Lubombo oh ja Google schreibt manchmal die Sachen falsch Lubamba und Lubombo und dann achtet man da schon eher großflächig drauf okay das erklärt ja einiges und da haben wir auch Seteki und da haben wir auch unsere Straße das erklärt auch warum nichts dabei war und hier ist die MR7 auf der befinden wir uns hier ist dann auch die Academy und jetzt haben wir das Problem genau herauszufinden wo wir sind okay ohne die MR7 hätte ich das never ever gefunden da hätte ich mich wirklich reingeritten diesmal so und unsere Straße hier gut dass ich noch ein bisschen gefahren bin ich war mir schon echt ziemlich sicher dass wir in Lubamba sind und nicht in Lubombo fast nach Westen das könnte die hier sein das heißt südlich kommt eine Bushaltestelle und dahinter kommt dann die Straße und die geht nach Osten die Bushaltestelle ist noch nicht eingezeichnet das Problem ist eine ähnliche Situation haben wir auch an anderen Stellen unsere ging westlich und dann sind wir südlich und die ging nach Osten wir müssen ja vorher noch eine nach Westen gekommen sein aber hier auf den Bildern ist halt noch nichts da oh man die Datenlage ist halt blöd dass die so alt ist Jigs Bottle and Malt Store ist der vielleicht drauf hier Lubombo Central High School das ist sie können wir irgendwie herausfinden ob die hier Luhani Street heißt ja Straßennamen sind schlecht aber eigentlich müsste die nach Osten gehen und von der direkt eine Parallele südlich die zu uns parallel läuft das könnte wirklich die hier sein und das ist die High School und dann haben wir hier eine die nach Westen geht so und das ist dann nicht mehr die Angel Academy sondern die Grace Christian Academy und nördlich ja gut hier ging noch nichts ab nicht das ist alles neu gebaut und wir stehen genau wo wir stehen wirklich genau vor dieser Einfahrt 4,71 puh gerade nochmal gerettet gerade nochmal gerettet ja und damit geht's in Runde 3 noch liegen wir gut in der Zeit oh geiler Spot oh yes guckt mal da will man starten in Geotastic direkt am Flughafen wir sind direkt gelandet wunderschönes Wasser wunderschöne Palmen ich würde sagen das ist doch wirklich irgendwo äh ja ein Ort wo man auch mal ein bisschen rumfahren will nicht wahr äh ja ist gar nicht so schwer nicht das müsste Coco Island sein oder sowas wahrscheinlich oder äh Weihnachtsinseln oder Bermudas haben relativ viel Straßen nicht die haben eigentlich nur eine zentrale Straße können Bahamas sein sogar oder Bermudas nicht Bermudas vielleicht wartet Sonne 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 ist im ja irgendwo an der können wir uns nicht orientieren boah guck mal das Wasser hier unter uns boah geil selten so einen schönen Spot zum Start gehabt aber auch Tannen haben wir interessant also wir haben Tannen wir haben Palm wir haben Linksverkehr wir haben KMH wir haben glasklares blaues türkisfarbenes hübsches Wasser und ich würde sagen wir brauchen ein Codewort für den Tag und das Codewort für den heutigen Tag lautet türkis also wenn ihr nicht wisst ob ihr was kommentieren wollt oder ihr wisst nicht was aber ihr wollt gerne kommentieren oder sagt na ok ich würde gern kommentieren dann schreibt einfach das Codewort türkis egal ob hier bei strats bei instagram unter youtube shorts unter irgendein video hier in den chat gerne einfach das Codewort türkis da lassen und natürlich liken und abonnieren auch nicht vergessen oder da je nachdem wo sie angezeigt werden bei euch ist ja auf jedem Gerät anders so was haben wir da warte warte da stand was hans mechanical service tear load hat ein bisschen was von miami keys in flach star auch bisschen unordentlich aber stellt euch mal vor euch gehört der spot an sich richtig geil und dann habt ihr die straße daneben was ein scheiß oder paradies scheiße paradies scheiße so kann's gehen ungünstig rubies or leander cycles mh the brand of choice ultra tech cold beer wine and ice ich würde aktuell aber guam nördliche marianne america the moor blue hole neuseeland blue hole bermuda doch bermuda krass bei bermuda war ich ist ne richtig geile insel da war ich eigentlich wenn immer auf diesem trail die haben nämlich ne alte bahnschiene die einmal durch das ganze durch die ganze insel verläuft und die ja nicht es macht gar keinen sinn dass die ne eisenbahn haben und dementsprechend wurde die in einen trail umgewandelt der früher mal angezeigt wurde aber ich glaube google hat inzwischen eine sehr schlechte datenlage und anstatt sachen auf karten anzuzeigen werden sachen von karten entfernt ähm ich glaube der müsste hier nämlich immer so irgendwo durch zirkeln sich hier ist er da ist er der railway trail der geht einmal über die ganze insel da railway trail da geht er weiter hier nur gepunktet und da kann man auch drauf starten und der wenn man da drauf startet kann man nicht nach links und rechts laufen das ist ein bisschen blöd da kann man wirklich nur anhand der Straßen die man vielleicht kreuzen kann man kann den auch nicht komplett laufen von hier nach da oder so geht und dann geht es nicht weiter ok aber ist ja nur der erste hinweis es kann auch sein dass irgendjemand sich bermuda genannt hat von daher noch ist alles offen .com especially for you Ich meine die Palmen auf jeden Fall immer ein Indikator für Panama oder Inseln gerade wenn sie in der Häufigkeit vorkommen Groet Tennis Beach Resort Fresh and New Two Paper Products Toilet Soda ok aber Ich glaube wir sind hier wirklich schon am Strand Eisklim das ist auch echt so ein leider ein bisschen zu voll nicht aber echt so ein richtiger süßer Laden wo man auch ein Eis draus haben möchte da muss ich immer sagen nicht in deutschen Läden du kommst in so ein Laden rein und da steht so eine Kühltruhe drin und du denkst dir nur so wow und dann kostet das alles 3,50 ähm ja so ein bisschen Deko wäre irgendwie schön und wenn du Glück hast steht irgendwo eine alte Plastikpuppe in der Ecke oder sowas auch wenn ganz neue Läden sind die sind dann alle so clean und sauber und du denkst dir nur so boah hier können wir eh nicht weiterfahren ähm das ist auch irgendwie ungeil okay ja einfacher Hinweis ich wollte ja ein bisschen rumfahren aber wir sind am V-Day International Airport der Airport war hier oben irgendwo glaube ich mal irgendwo Hamilton es gab so eine Flughafenstraße hier dann müssen wir hier stehen ja oder nee wartet nach Süden sind wir eben gefahren wie kann der Flughafen nordöstlich von uns sein LF Wade würde auch nicht passen das ist David Island doch hier Wade da stehen wir und hier ist der andere Kreisverkehr und da ist Ice Cream Flavor okay krass aber sieht das so aus das ist auch aufgeschippt nicht es sieht alles so so eng aus und dann hast du hier einfach das offene Meer ist das schon wow okay sieht viel viel ja kompakter aus als hier Coney Island äh wo stehen wir denn in dem Kreisverkehr auf der Seite da Finish 5 Meter 72 und damit haben wir es geschafft wir haben 18.000 Punkte wunderbar wir waren 6 Minuten 52 in den Niederlanden 17 Minuten in Esvantini und nochmal 8 Minuten in Bermuda wo wir aber natürlich ein bisschen mehr rumgefahren sind 31 Minuten das war eine gute Runde wir sehen uns in der nächsten Folge bis gleich ich so bis an bis Books bis bis Untertitelung des ZDF, 2020